Karl Marx erklärt im ersten Band des Kapitals, dass die rastlose Vermehrung des Werts, die der Schatzbildner anstrebt, indem er das Geld vor der Zirkulation zu retten sucht, dadurch erreicht wird, indem es der klügere Kapitalist stets von Neuem der Zirkulation preisgibt. Demnach sind Gold und Silber kein Kapital, weil sie langfristig real keinen Gewinn erwirtschaften. Durch nominelle Wertsteigerung wird bei diesen Edelmetallen langfristig lediglich die Inflation ausgeglichen und sie sind faktisch Geld, eben weil keine dynamische Verwertung stattfindet. Zumindest unter normalen Umständen nicht, von denen wir aber weit entfernt sind. Nun ist ein Blick auf die Wertsteigerung beim Silber besonders interessant, weil es gewöhnlich der Mehrwertsteuer unterliegt und diesen steuerlichen Nachteil neben der Inflation durch Wertzuwachs ausgleichen sollte. Aber ist das überhaupt möglich? Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr drangeblieben seid. Wenn im Folgenden von Silberrendite die Rede ist, dann entspricht das im Gegenschluss dem Wertverlust der Währungen. Um nun die Entwicklung des Silbermarktes frei von Fehleinschätzungen zu beurteilen, ist es wichtig, den Wert dieses Edelmetalls in allen relevanten Währungen zu betrachten, denn die Wechselkurse zwischen den Währungen verschiedener Länder beeinflussen den Silberpreis auch in anderen Währungen als der Leitwährung US-Dollar. Bei der folgenden Darstellung ist also zu beachten, dass steigende Silberpreise lediglich den sich beschleunigenden Kaufkraftverlust der ungedeckten Währungen weltweit aufzeigen. Retrograd von 2001 bis einschließlich 2021 lässt sich ein jährlicher Mittelwert von 7,7% ermitteln, also eine Silberrendite von jährlich 7,7% in den vergangenen 21 Jahren. Dabei sind die wesentlichen Treiber für den Anstieg des Silberpreises seit 2001 eine steigende Edelmetallnachfrage durch expandierenden Bedarf der Schwellenländer und neue industrielle Anwendungen, eine hohe Kapazitätsauslastung der Edelmetallminen durch die steigende Nachfrage, gestiegene Förderkosten durch steigende Investitionskosten und Energiepreise, die Destabilisierung des Weltfinanzsystems durch Verschuldung und Geldmengenexpansion, woraus ein Vertrauensverlust in die Papierwährungen resultiert, die Anbindung des chinesischen Yuan an den US-Dollar, denn China sichert seine Wettbewerbsfähigkeit, indem es seit 2001 durch Dollarkäufe den Wechselkurs des Yuan gegenüber dem Dollar stabil hält, hierdurch werden die faktische Dollarmenge erhöht und die langfristigen US-Zinsen gedrückt und zu guter Letzt niedrige Zinsen, die seit der Jahrtausendwende auf anhaltend niedrigem Niveau sind und die Rentabilität alternativer Anlagen vermindern, wodurch die Opportunitätskosten, respektive Alternativkosten von Edelmetallen gesenkt werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Zinsniveau in 2022 entwickelt, aber aller Voraussicht nach ist es selbst mit 2,5% und auch etwas darüber nach meinem Ermessen noch als Marginal zu betrachten. Was weiterhin bedacht werden sollte, ist die Tatsache, dass Silber unter anderem infolge von Papiermarktspekulationen historisch unterbewertet ist und sich daraus die Aussicht auf eine zukünftige überproportionale Wertsteigerung von Silber ergibt. Also tatsächlich ein Gewinn, insofern man jetzt als Privatanleger unterbewertetes Silber kauft. Von dierten Schätzungen zufolge liegt das gegenwärtige Verhältnis von Papiersilber zu physischem Silber bei weit über 300 zu 1. Es ist ein künstlicher Prozess der Papiermarktverzerrung, der nichts mit physischen Silberbewegungen zu tun hat und bei dem fraglich ist, wie lange er noch aufrechterhalten werden kann. Schreibt hierzu gerne einmal eure Meinung in die Kommentare, darauf bin ich wirklich gespannt. Einstweilen noch mehr über die langfristigen Aussichten von Silber, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr allgemein in Bezug auf Silber, wie auch Gold, informiert bleiben wollt, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, auf bald! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.